Wir sind das Autohaus Ehingen. Wir sind ein sehr junges Team und suchen aktuell neue Mitarbeiter, um unseren Kunden den bestmöglichen Service bieten zu können. Ich bin ein Familienmensch, ich reise gerne, treibe in der Freizeit sehr viel Sport. War ich gerade gesagt? 40 Jahre! Genau darum. Hallo, mein Name ist Jürgen Denzel, ich bin Teil der Geschäftsleitung hier im Autohaus Ehingen. Wir sind ein regionales Familienunternehmen, wie es vor über 40 Jahren gegründet wurde und wir beschäftigen derzeit über 100 Mitarbeiter. Wir sind markengebunden als Autohaus, wir sind auf drei Standorte verteilt. Wir vertreten die Marke Audi, Volkswagen, Seat und Skoda. Wir verkaufen Neu- und Gebrauchtwagen. Wir sind für alle Wartungs- und Garantiearbeiten zuständig. Wir haben einen 24-Stunden-Abschlepp-Service sowie ein Karosserie- und Lackierzentrum. Ich zeige euch, dass ein Schiff in der Kalle ist, oder? So, ich bin der Harald, ich bin seit 36 Jahren im Autohaus Ehingen und als Karosseriebauer beschäftigt. Thomas, leuchtet es euch, oder? Ich bin im Autohaus Ehingen, weil es bei mir in der Nähe ist. Ich kann zum Mittag ins Heim fahren, ich bringe viele Kundenautos vom Ort mit. Durch das, dass ich hier seit Kindesbeinen mit dabei bin, war es für mich selbstverständlich, im Familienunternehmen mit einzusteigen. Ich habe ganz nette Kollegen, die sind auch mal zum Spaß aufgelegt und man hilft sich untereinander aus. Jeder kennt jeden und jeder hilft jedem. Bei uns haben Sie alle Möglichkeiten, von der Ausbildung bis zum Meister sowie Expertenlehrgänge in verschiedene Richtungen. Der Arbeitsplatz ist schön sauber, hell und neu gebaut, geräumig. Alle Werkzeuge sind da und das passt eigentlich alles. Wenn Sie Interesse haben, bewerben Sie sich ganz unkompliziert bei uns. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und werden diese schnellstmöglich beantworten. Bis bald im Autohaus Ehingen.